Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon – wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Chefgesprächs der Wirtschaftswoche. Heute mit dem Chef-Volkswirt Malte Fischer der Wirtschaftswoche, befragt von mir, dem Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, Malte, es geht ja drunter und drüber. Die Leute sehen, hat man das Gefühl, nur noch schwarz. Es ist nur noch so ein bisschen Apokalypse-Stimmung. Wenn ich mich so zurückerinnere, ich bin jetzt doch auch schon über 50, habe ich doch schon ein paar Crashes erlebt. Mitten im Crash ist es immer am dunkelsten, aber jeder Crash geht auch mal vorbei. Das war in den 80er-Jahren so. Dotcom, 9-11, Finanzkrise. Jetzt habe ich doch eine interessante Theorie gehört von jemandem, der das Ganze so ein bisschen positiv aufladen wollte. Ja, Corona sei ja nur ein externer Schock und kein Produkt einer maroden Weltwirtschaft. Darum werden wir uns ganz schnell wieder erholen, wenn diese Virusgeschichte vorbei ist. Ist jetzt das nur Theorie oder was hältst du davon? Also wir sind ja ungefähr die gleiche Jahrgangskurte. Ich habe auch schon viele Krisen mitgemacht und jede Krise hat auch ihr Ende und das wird bei dieser Krise auch der Fall sein. Das Besondere dabei ist natürlich, dass wir jetzt mal nicht eine reine Wirtschaftskrise haben, sondern das Ganze kommt ja vom medizinischen Sektor, von der Gesundheitsseite her. Und diese Virengeschichte hat natürlich längere Dauer vermutlich und man kann davon ausgehen, man muss davon ausgehen, dass es eine erste Welle, dass es eine zweite Welle gibt. Und man weiß dann natürlich noch nicht, welche Maßnahmen dann ergriffen werden bei der zweiten Welle. Das heißt, wir können also nicht unbedingt davon ausgehen, dass es diesen typischen V-förmigen Verlauf gibt, den wir früher hatten. Bei der Finanzkrise war das ja, da ging es runter, danach kam die Rettungsaktion, danach ging es steil nach oben. Das war auch damals bei der Asienkrise der Fall, das war auch bei der New Economy Blase, die geplatzt ist der Fall. Aber wenn wir jetzt so eine Entwicklung bekommen, bei der dann mehrere Wellen anfallen, dann muss man damit rechnen, dass Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, dann wieder gelockert werden, dann wieder verstärkt werden, dann wieder gelockert werden. Also so ganz einfach, dass wir einen V-förmigen Verlauf bekommen, glaube ich nicht. Also das heißt, du würdest nicht einhergehen mit der Meinung von Warren Buffett, der ja eigentlich der abgebrüteste Anleger weltweit ist und noch viel mehr Crashes in seinem Leben durchgemacht hat als wir zwei, weil er auch viel älter ist. Er meinte ja in diesen Tagen, in sechs Monaten reden wir über was anderes. Das ist ja immer so. Man redet über die Krise, die gerade da ist. Wenn ich mich mal erinnere, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr haben wir alle über den Klimawandel geredet. Da war die Friday for Future-Bewegung auf den Straßen, da gab es kein anderes Thema außer Klimawandel. 2015 gab es kein anderes Thema außer Einwanderung, Migration. Und genauso wird es auch der Fall sein. Man wird auch bei dieser Krise sehen, wenn der Peak hinter uns liegt, wird auch eine gewisse Gewöhnung eintreten. Dann werden einige Maßnahmen gelockert und dann redet man nicht mehr darüber. Aber ich glaube, dass diese sehr starke Auseinanderklaffen von Wirtschaftsprozessen, dieses Auseinanderreißen der Arbeitsteilung, das wird uns noch längere Zeit beschäftigen. Aber wie das so ist, also auch in den Medien werden dann neue Themen aufkommen. Man wird sich da mit speziellen Nachfolgeeffekten dieser Krise beschäftigen. Dann geht vielleicht die Diskussion dann in die Frage rein. Was heisst das, wenn die Zentralbank so viel Geld reingepumpt hat? Kriegen wir jetzt eine Deflation, eine Inflation? Also die Folgewirkung der Krise werden uns noch beschäftigen. Ja, zu dem Thema kommen wir später noch. Jetzt sind wir ja mitten in der Krise drin und die Massnahmen sind ja durchaus umstritten. Die einen sagen, man solle nur noch die Risikogruppen ab 65 abschotten. Die anderen plädieren für den kompletten Lockdown, den wir eigentlich gerade erleben. Und was ist deine Meinung? Also wir haben jetzt eine Alternative gezogen. Das ist die Alternative totaler Lockdown. Wir sehen, was das für Folgen hat. Und wir sind gerade erst am Anfang dieser Entwicklung und wir kriegen einen sehr, sehr starken Wirtschaftseinbruch. Lagarde hat ja schon gesagt, dass es die EZB-Chefin, dass es bis zu 10 Prozent sein kann. Das heißt ja, wir haben quasi den Stecker gezogen. So muss man sich das vorstellen. Und da stehen dann die Bänder still und dann kriegen wir einen starken Einbruch. Das ist der ganzen politischen Lage natürlich auch geschuldet. Und als Politiker ist man natürlich in einer Situation, wo man auch getrieben der Entwicklung ist. Dann kommen natürlich diese Virologen, die beraten. Und die Beratung von Medizinern, von Virologen ist nicht die Beratung von Ökonomen. Ich glaube, dass so Mediziner anders denken als Ökonomen. Sie denken nicht in Kosten-Nutzen-Abwägungen. Und als Ökonomen haben wir vielleicht gesagt, okay, wir müssen Kosten-Nutzen abwägen. Vielleicht ist es die bessere Alternative. Wir hätten die Älteren isoliert. Wir hätten diejenigen, die zu den Risikopatienten zählen, zu den Risikogruppen zählen, isolieren können. Und die etwas Jüngeren hätte man im Produktionsprozess belassen. Jetzt ziehen wir die Jüngeren raus und es bricht alles zusammen. Und ganz schlecht kann es dann laufen, wenn dann irgendwann auch die Produktion von denen in den Gütern stockt, die man aus anderen Gründen braucht. Also beispielsweise zerfallen die ganzen Lieferketten im pharmazeutischen Bereich. Dann kriegen wir irgendwann keine Herzmittel mehr. Oder wir bekommen keine Krebsmittel mehr. Wir bekommen keine Diabetesmittel mehr, weil die Belieferung aus China stoppt. Und dann sterben uns die Diabeteskranken, die Krebskranken und die Herzkranken weg. Was der Lockdown natürlich verhindert, und das ist ja das grosse Argument auch, er verhindert den Kollaps des Gesundheitssystems, weil auch Junge natürlich schwere Krankheitsverläufe kriegen können. Und wenn wir zu viele Infizierte auf einmal haben, dann kollabiert das alles. Und derzeit ist natürlich das Primat der Gesundheit angesagt und nicht unbedingt der Volkswirtschaft, dass wir uns noch viel Geld kosten. Vor allem auch, weil diese Krise ja eine andere ist, als sie früher war. Das konjunkturelle Problem ist ja, dass wir diesmal einen synchronen Absturz erleben, im Gegensatz zu 2008. Also China zum Beispiel ist kein Anker mehr. Genau, das haben wir 2008 gesehen. Da brachen hier im Westen die Finanzmärkte zusammen, nachdem die Lehman-Bank in die Pleite gegangen ist. Und dann hatte man das große Glück, dass China gar nicht so stark mit der Weltwirtschaft vernetzt war, zumindest was den Finanzsektor betrifft. Also auf dem Gütersektor waren die schon vernetzt, die haben ja geliefert, aber der Finanzsektor in China war weitestgehend abgeschottet. Und das hat dann natürlich dieses Land quasi isoliert gegenüber dem Rest der Krise. Und die Chinesen hatten damals Angst, dass die realwirtschaftlichen negativen Konsequenzen auf China wieder überspringen, weil die Chinesen natürlich weniger nach Europa, nach Amerika exportieren konnten. Und haben damals das größte Konjunkturprogramm der Geschichte aufgelegt. Und das hat die Konjunktur in China angekurbt und über unsere Exporte die Konjunktur auch in Europa und in Amerika. Das heißt, wir hatten sozusagen jemanden, der uns aus dem Schlamassel rauszieht. Und das fehlt jetzt. Ja, auf China gucken ja wieder alle. Auch so, es geht ja ein bisschen darum, zu merken, wann könnte eine Krise vorbei sein oder was könnte die Wende erbringen. Und bei China sieht man ja jetzt zumindest, was die offiziellen Indikatoren anguckt, so eine gewisse Beruhigung. Es gibt kaum noch Neuinfektionen. Die Produktion fährt hoch. Allerdings ist auch so eine Propagandaschlacht jetzt im Gange. Man weiss nicht so recht, übertreibt Peking mit den positiven News oder ist die Wende tatsächlich da. Also man ist so ein bisschen gespalten. Unser Korrespondent Jörn Petring hat ja das vor zwei, drei Tagen mal aufgeschrieben. Also es ist durchzogen, oder? Es ist noch lange nicht vorbei, die Krise. Es gibt auch eine Pleitewelle. Das Konsumklima ist immer noch ziemlich unten. Aber viele Produktionen fahren schon wieder hoch. Wie schätzt du die Lage da ein? Was ist Propaganda? Was ist Realität an diesem Wendeklima? Das ist, glaube ich, von hier aus Deutschland, wenn man nicht vor Ort ist, ganz schwer einzuschätzen. Weil die Konjunkturdaten oder die offiziellen Daten, die liegen natürlich vor, aber die sind wie immer auch mit Vorsicht zu genießen. Die Chinesen veröffentlichen ihr Bruttoinlandsprodukt zwei Wochen nach Ende eines Quartals. Und dann stehen die Zahlen da wie ein Steingemeister, werden nie wieder revidiert, was völlig illusorisch ist. Also das sind gesetzte Zahlen. Deswegen orientieren sich viele Volkswirte an solchen Inputfaktoren wie zum Beispiel Kohleverbrauch, Stromverbrauch oder jetzt eben halt auch Stauindikatoren. Wenn der Stau in Shanghai steigt, heißt das, dass da eben mehr Leute wieder in die Arbeit oder zur Arbeit fahren und ein Zeichen für eine wirtschaftliche Reaktivierung da ist. Aber ich glaube, dass in China wahrscheinlich auch einen Effekt dominiert. Der Punkt ist ja der, dass in China kein ausgebeutet Sozialsystem ist. Wenn die Leute längere Zeit arbeitslos sind, haben die gar kein Geld mehr. So, dann können sie sich auch keine Lebensmittel mehr kaufen. Was dann passiert, sind soziale Unruhen. Ich glaube, davor hat die Partei große Angst. Xi Jinping will alles mögliche, nur das nicht. Das gefährdet die Macht der Partei, weil es da diesen impliziten Deal gibt. Die Partei sorgt für wirtschaftlichen Wohlstand und darf dann regieren. Wenn das nicht mehr funktioniert und die Leute ihre Lebensmittel nicht mehr kaufen können, weil sie kein Geld mehr haben, dann gerät das gesamte System ins Wanken. Also muss er die Leute wieder an die Wänder bringen. Er muss sie in die Fabriken bringen und riskiert damit natürlich auch eine zweite Infektionswelle. Also ich glaube, dass China auch noch nicht durch ist mit dem Problem. Die Wachstumszahlen, du hast es angesprochen, das ist das große Versprechen, das ist auch die große Klammer, dieses gigantische Land China zusammenzuhalten mit dem Versprechen, der Wohlstand geht hoch. Also müssen auch die Wachstumszahlen um jeden Preis positiv sein. Du hast es schon ein bisschen angetönt, diese Wachstumszahlen sind ja sehr mit Vorsicht zu geniessen. Wir hatten kürzlich ein Interview mit dem Pekinger Professor Michael Pettis, der das ein bisschen auseinandergenommen hat, wie messen eigentlich die Chinesen Wachstum und hat da alle ein bisschen die Illusion genommen, dass die das so machen, wie wir das machen. Also die Chinesen messen Wachstum ein bisschen anders. Er hat das ein bisschen erklärt, so, da geht es nicht um eine Output-Betrachtung, sondern um eine Input-Betrachtung. Und er würde eigentlich sagen, das Wachstum in den letzten Jahren war halb so hoch, höchstens. Und das war eigentlich eine sehr interessante Erklärung. Passt auch zu Michael Pettis, so eine radikale Erklärung. Früher war er ja Mitinhaber von einem Punk-Rock-Club in Peking. Also er ist durchaus gestählt für haarige Zeiten. Wie siehst du das mit diesen Zahlenmanipulationen, glaubst du Pettis? Ich kann mir vorstellen, dass die chinesische Regierung da durchaus Interesse daran hat. Ich meine, die geben ja die Zahlen runter. Das müssen die einzelnen Gouverneure in den Provinzen natürlich von unten nach oben liefern, die Zahlen. Und da sind Zielvorgaben, die zu erreichen sind. Dann werden die Zahlen halt so hingedreht, dass sie ungefähr stimmen mit dem, was man gerne hätte. Die geben ja auch als Ziel vor. China möchte dann eine Wachstumsrate von roundabout 6 Prozent haben. Da soll dann keine 7 rauskommen, aber auch keine 5. Also wird es dann eine 6, irgendwas oder so in der Größenordnung. Also ich glaube, dass die Zahlen in großem Maße da auch in China, wie gesagt, gesetzt sind und von unserer Seite auch schwer zu kalkulieren sind. Deswegen, wie gesagt, man kann ja auch andere Indikatoren nehmen, die aus dem Westen kommen, die aber ein bisschen zeigen, wie es in China wirklich läuft, die Konjunktur, wenn man sich zum Beispiel die Exporte anschaut. Es gibt also Banken, die nehmen dann die Exporte des restlichen Welt nach China. Die chinesischen Importzahlen können ja auch getürkt sein. Aber auf der anderen Seite muss es ja auch die Exportzahlen geben. Die gibt es eben halt dann im Westen. Und dann sieht man, wie die Konjunktur verläuft in China. Und damit das schon seit Monaten nach unten geht. Das heißt also, man ersetzt die chinesischen Statistiken ein bisschen durch die westlichen Statistiken, weil es dann diesen bilateralen Handel auf beiden Seiten erfassen. Und dann haben wir ein realistischeres Bild über die Konjunktur als das, was die Chinesen da liefern. Was ja für viel Bewunderung gesorgt hat in Europa, war am Anfang der Corona-Krise, wie die Chinesen das gehandelt haben. Wie sie dann da über Livecam übertragen innerhalb von einer Woche eine Klinik hochgezogen haben. Und da schwingt ja so eine unterschwellige Bewunderung für diesen starken Staat mit, wie der das durchsetzt. Das war ja vorher schon ziemlich gehypt worden. Also die Chinesen haben nicht gefühlt 15 Jahre für einen Hauptstoppflughafen, sondern eben nur vier. Oder man kann richtig durchregieren etc. Und alle vergessen ein bisschen, welche Menschenrechte und demokratischen Rechte dabei auf der Strecke bleiben. Aber während jetzt so die Konjunktur abstürzt, die Börse abstürzt und überall Panik herrscht, ist natürlich schon die Stunde des starken Staates da. Das merkt man auch in Deutschland natürlich. Die Leute sehen, okay, der Staat macht was. Und prompt beginnt schon wieder die Systemdiskussion, wie viel Staat, noch mehr Staat, beginnt schon wieder zu rollen. Jetzt hört man Leute, die sagen, ja, die Wirtschaft. Die Wirtschaft wollte dauernd den Staat runtersparen, deregulierte Märkte. Aber wenn es dann eng wird, dann schreien sie nach Wirtschaftshilfe. So dieser übliche Vorwurf kursiert schon wieder, der Vorwurf gegen die Neoliberalen. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Stehen wir schon wieder an der Schwelle zum nächsten Akt? Siehst du die Diskussion? Also ich kann mir vorstellen, dass Folgendes passiert. Wenn China das einigermaßen in den Griff bekommt und wir es nicht schaffen oder nicht so gut sind wie die Chinesen, dann wird sicherlich die Frage hochkommen, ob ein starker Staat in solchen Krisensituationen besser sein kann als ein System, was im Westen auf laissez-faire setzt, auf freie Märkte setzt und die Individualität setzt. Andererseits muss man natürlich auch betrachten, dass diese Krise erst deshalb so entstanden ist, erst deshalb so eskalieren konnte, weil es diesen totalitären Staat in China gibt, der eben halt die Informationen unterdrückt hat. Die waren ja da, das wissen wir ja. Da sind ja Ärzte schon auf der Warnstufe gewesen und haben gesagt, Mensch, da gibt es ein Virus, den müssen wir beachten, da droht was. Und das wurde unterdrückt eben halt, weil das einfach nicht ins Konzept passte in China. Und gerade durch diese Unterdrückung ist das Ganze überhaupt erst entstanden. In Wuhan haben sich die Leute so angesteckt und dann auch in den Rest der Welt quasi exportiert worden. Also ich würde davor warnen zu sagen, ja, weil die Chinesen jetzt mit dieser staatlichen drastischen Methode vielleicht besser mit der Krise zurecht kommen oder die besser einnehmen können, ist ein staatliches totalitäres System mit starkem Staat und Überwachungsmechanismen besser als das, was wir haben. Also ich würde immer eher sagen, die Ursache dieser Krise ist genau dieses totalitäre System gewesen. Es gibt ja auch so ein Missverständnis von den Staatsgläubigen gegenüber der Marktfraktion, oder dass die Marktfraktion ja einen unheimlich, am liebsten einen schwachen, dysfunktionalen Staat hat. Das ist ja absurd. Das sind nur Steinzeitkapitalisten, die so denken, dass der Staat funktionieren muss, gesund ausgestattet werden muss, finanziell gut dastehen muss. Wie man jetzt in der Krise sieht, ist natürlich eine wichtige Rahmenbedingung für so eine soziale Marktwirtschaft. Aber es geht natürlich um die Frage, wo der Staat stark sein muss, auf welchen Feldern. Da bin ich natürlich klar in der Meinung, er sollte lieber einen Seuchendeckel gut organisieren können als einen Mittendeckel, weil das eine bringt, sichert Wohlstand und Leben und das andere sichert höchstens Stimmen für die Linken bei der ganzen Geschichte. Und was man jetzt auch sieht, der Staat hat natürlich versagt, kann man immer sagen, im Nachhinein weiss man es immer besser, der Staat hat auch ein bisschen versagt bei der ganzen Katastrophenschutzgeschichte. Das ist ja eigentlich eine ureigenste Aufgabe des Staates. Und da ist in den letzten Jahren nicht viel passiert. Es ist ja überraschend, wir haben das auch mal recherchiert in der Wirtschaftswoche und jetzt ein grosses Stück publizieren wir in den nächsten Tagen, dass im Nachgang zum Ende des Kalten Krieges, im Nachgang zur Wende, wurde diese ganze Katastrophenschutzinfrastruktur fast komplett abgebaut. Es ist verständlich, dass man diese Friedensdividende zieht, aber man hat eigentlich von dieser Infrastruktur nichts gelassen und steht jetzt an diesem Nullpunkt, dass man nicht mal Atemschutzmasken vorrätig hat und irgendwelche anderen Schutzmaterialien. Das Interessante ist auch im Ganzen, dass man 2013 diesen ganzen Pandemiefall schon mal geübt hat. Das hiess Modisars, diese Übung. Und da wurde tatsächlich genau das geübt, was jetzt ausgebrochen ist, was jetzt passiert. Allerdings hat man da keine grossen Schlüsse daraus gezogen. Aber mal abgesehen von dieser Kritik, die es am Staat gibt, wie würdest du beurteilen, was der Staat jetzt in der aktuellen Krise gerade macht? Die Bazookas von Scholz und Altmaier machen den guten Job? Also ich würde mal ganz kett auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Dieser Vorwurf an die Liberalen, naja, sie würden jetzt nach dem Staat rufen. Wenn man mal den klassischen Liberalismus sich anschaut und über Adam Smith und Ricardo bis Lutif von Mises, die waren ja keine staatsablehnende Fraktion. Die haben dem Staat schon eine Funktion gegeben. Und in der Denkweise des klassischen Liberalismus hatte der Staat die Funktion des Nachtwächterstaates. Also im Prinzip die Funktion, Eigentum, Leib und Leben der Menschen zu schützen. Dazu gehört natürlich auch sowas wie Katastrophenschutz, was du gerade erwähnt hast. Und natürlich auch sowas wie Bundeswehr. Ja, ich meine, auch die funktioniert ja offenbar nicht mehr richtig. Das heißt, wir haben in der Tat an den staatlichen Kernfunktionen gespart, da wo der Staat eigentlich liefern müsste, auch bei der Sicherheit, bei der inneren Sicherheit. Und da, wo er eigentlich überhaupt nicht benötigt wird, da haben wir dann richtig zugelangt, Mietendeckel oder Regulierungen, auch bei der Steuerlast und bei Vorgaben von Arbeitsstätten und so weiter. Da hat der Staat gemeint, da müsste er rein. Also wir haben sozusagen die staatliche Funktion verlagert von den Kernfunktionen in periphere Bereiche, wo er gar nicht benötigt wird und wo eigentlich nur mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Gut, aber das, was jetzt Altmaier und Scholz machen, die in Busukas, das ist ja eigentlich ureigenste Staatsaufgabe, oder die Krise zu bewältigen? Ja, wenn so eine Krise kommt. Man muss natürlich auch hierbei sagen, der Virus ist ja so wie ein externer Schock. Man kann ihn theoretisch auch begreifen wie ein Angreifer von außen, der kommt, der ist nicht sichtbar und bedroht das Leben der Menschen. In dem Fall würde ich sagen, ja klar, da ist dann durchaus auch eine Funktion des Staates da, das so weiter kann abzuwehren. Auf der anderen Seite, diese wirtschaftlichen Lockdown-Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, sind natürlich schon Entscheidungen der Regierung, die in die freie Arbeitsteilung der Unternehmen, der Menschen eingreifen. Die wurde quasi aufgelöst, wenn man so will. So, das bedeutet viele Unternehmen wahrscheinlich Insolvenz, das bedeutet den Konkurs und faktische Enteignung. Nun steht in Artikel 14 Grundgesetz, Enteignungen sind entschädigungspflichtig. Gut, aber Enteignung kann man, das ist ja, Enteignung liegt ja nach Vorsatz, oder? Nein, genau. Das ist halt einfach ein Kollateralschaden von diesen Maßnahmen. Ja, aber diese Maßnahmen gehen ja aus von einer, die Regierung hat diese Maßnahmen erlassen. Ich versuche zu argumentieren, warum man diese Maßnahmen jetzt begründen kann. Wenn der Staat schon sagt, ihr dürft nicht mehr Geschäfte machen, ihr müsst eure Geschäfte schließen, dann oktroyiert ihr den Unternehmen quasi einen Umsatzverlust. Dann ist es natürlich auch berechtigt, wenn die Unternehmen sagen, ja, aber bitteschön, dann erstatte uns das. Dann gib eine Bürgschaft oder sorg dafür, dass wir Kreditgarantien bekommen. Deswegen ist der Vorwurf sozusagen an die Liberalen, na jetzt ruft ihr nach dem Staat, meiner Meinung nach unberechtigt. Weil wenn der Staat ihnen das Geschäft kaputt macht, ich formuliere es jetzt einfach mal so, man kann es ja gesundheitspolitisch begrüßen, aber es ist so, er macht ihnen das Geschäft kaputt. Dann hat er auch für die Entschädigung zu sorgen. Gut, wenn alle infiziert sind, läuft das Geschäft auch nicht mehr. Auch nicht, ja. Also insofern ist es so ein zweischneidiges Wert. Aber gut, ich frage dich jetzt zum dritten Mal, jetzt hoffe ich, jetzt kriege ich eine Antwort. Jetzt kriege ich eine Möglichkeit. Jetzt kriege ich eine, okay, nochmal. Scholz und Altmaier, ihre Riesenbazooka, die sie letzte Woche hervorgekramt haben, machen sie richtig? Ja, in dem Fall, ja, das ist halt diese Entscheidung. Sie sagen, okay, ihr könnt zum Staat kommen, ihr könnt euch das Geld, was ihr jetzt, was ihr nicht als Einnahmen habt, ihr könnt euch das bei der Bank quasi besorgen. Die Bank wird euch das nicht geben, weil ihr ja Insolvenz gefährdet habt, aber wir stellen die Garantie dafür aus. Und dann könnt ihr euch das Geld von der Bank holen, weil die Bank ist relativ safe, weil im Zweifelsfall springen wir ein. Auch hier muss man aber natürlich sagen, wo kriegt der Staat das Geld her? Im Zweifelsfall durch Kredite. Er wird sich dann irgendwie mehr verschulden. Und das bedeutet, in der Zukunft werden die Steuern steigen. Also es werden auch hier die Kosten quasi verlagert auf die Steuerzahlung. Und die schwarze Null, muss man ja sagen, die ja eh alle ganz viele kippen wollen, da ist Corona natürlich ein Katalysator dafür, oder? Ja, klar. Ja, ich meine, die Corona-Krise ist ohnehin der Katalysator für vieles. Einerseits, um die schwarze Null aufzugeben. Zum Zweiten, um möglicherweise Euro-Bonds in die Welt zu setzen. Das ist das, was die Franzosen und die Italiener fordern. Oder jetzt eben, was Fasservagat beschlossen hat jetzt heute Nacht. Die EZB kauft in großem Stil Staatsanleihen auf. Das ist auch das, was die Italiener immer gefordert haben. Monetisierung der Staatsschulden. Also insofern in einer Krise brechen Dämme. Da wird das Koordinatensystem komplett verschoben. Das klingt schon fast nach Verschwörung, oder? Aber das wollen wir natürlich hier logischerweise nicht unterstellen. Du hast die Notenbanken angesprochen. Das ist ein guter Übergang. Wir hatten jetzt vom starken Staat gesprochen, der ja auch noch viel Geld hat, oder? Also ich meine, der Vorwurf, dass der Staat komplett kaputtgespart wurde in den letzten Jahren, greift er schon deshalb nicht, weil man ja sieht, welche finanziellen Mittel Scholz gerade zur Verfügung stehen, um eben diese Hilfen durchzuziehen. Was er auch machen muss, weil die Notenbanken haben ja den grössten Teil ihres Pulvers verschossen. Wir erinnern uns, seit der letzten Finanzkrise läuft eine Billiggeldspolitik. Wir sind beim Nullzins. Man hat immer davor gewarnt, dass die Notenbanken keine Waffen mehr haben. Die Amerikaner und Briten haben das letzte Pulver verschossen. Jetzt sind es auch mehr oder weniger auf Null. Mit dieser Billiggeldpolitik hat man auch viele Zombies herangezüchtet, oder Firmen, die eigentlich gar kein Geschäftsmodell haben, aber mit günstigen Krediten billig am Leben erhalten werden. Und die Hoffnung da war ja immer, wie Draghi so schön gesagt hat, ja, wir kaufen Zeit, damit die Staaten ihre Strukturen anpassen, dass die Staaten gesunden, damit sie wieder voll schlagkräftig werden, sich auch entschulden. Das war ein bisschen naiv, oder? Ja, das haben wir auch immer kritisiert. Ich meine, die Anreize sind so, wie sie sind. Wenn die Zinsen niedrig sind und es ist kein Druck dahinter, dann wird auch nicht reformiert. Dann nimmt man neue Kredite auf, nimmt mehr Kredite auf, als man vorher aufgenommen hatte. Das hat man ja auch gesehen bei den anderen Ländern, die damals in der Euro-Krise, in der Finanzkrise, diese konditionierten Kreditprogramme in Anspruch genommen haben. Wie zum Beispiel Griechenland. Die mussten reformieren. Da war ja ein Reformprogramm dahinter. oder auch Portugal oder Irland, die es sehr gut geschafft haben, aus der Krise rauszukommen, die wirklich reformiert haben. Ein Land wie Italien hat man ja damals nicht in diesen Rettungsschirm eingespannt. Man hat natürlich dann auf Seiten der EZB auch italienische Staatsanleihen gekauft, die Zinsen nach unten gedrückt. Und die Italiener haben dann das Ganze für bare Münze genommen und gesagt, gut, das bleibt jetzt so. Niedrige Zinsen, da sorgen wir schon. Wir haben den Draghi an der Spitze, das ist unser Landzimmer. Der sorgt schon dafür, das hat er ja auch gemacht, die Zinsen niedrig gehalten. Und das gibt Anreize noch mal mehr Schuld. Es gibt schon wieder noch Verschwörung. Na ja, 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 ja. Aber ich meine, man muss... Mauter ist ein Freund von Verschwörung. Nein, man muss ja sagen, Draghi ist ja jemand. Nein, dem Draghi muss man folgendes natürlich zuguteilen. Er hat in den Konferenzen immer die Mahnadressen an die Finanzpolitiker lassen. Wir brauchen Strukturreform. Ihr müsst was machen. Aber das ist natürlich alles völlig verheilt, weil die ökonomischen Anreize nicht da sind. Und dann nimmt man halt Kredite auf. Italien hat jetzt eine Schuldenquote von 37 Prozent, glaube ich, das BIP. Das geht jetzt gewaltig nach oben in dieser Krise. Und in Griechenland wahrscheinlich auch. Ja, inzwischen hat man ja... Es sind ja wirklich alle Dämme gerochen, wie du sagst. Auch alle möglichen unorthodoxen Ideen, die man vor ein, zwei Jahren noch ins Reich der Fantasie verbannt hat, sind jetzt unheimlich real. Obwohl in dieser ganzen Hektik und Panik gibt es jetzt auch gerade ganz viele Missverständnisse. Alle reden gerade diese Woche vom berühmten Helikoptergeld, so als die Ultima Ratio, als die Ultima Bazooka, die angeblich in den USA eingesetzt wird. Und die jetzt angekündigt wurde. So stimmt das eigentlich gar nicht, oder? Kannst du mal dieses Missverständnis aufklären? Also der Begriff des Helikoptergeldes, der wird momentan sehr vielschichtig verwendet. Inflationär. Inflationär, genau. Und auch für Steuerschecks, die jetzt in den USA ausgezahlt werden. Das ist kein Helikoptergeld. Ich meine, da rechnet in gewisser Weise der Steuerscheck auf die Leute runter. Nur Helikoptergeld ist eine ganz andere Konstruktion. Beim Helikoptergeld handelt es sich um Geld, das nicht durch Kreditschöpfung zustande kommt, sondern das von den Zentralbanken quasi den Bürgern geschenkt wird. Die Basis eines solchen Geldes ist nicht ein Kreditgeschäft, wie es normalerweise zwischen Zentralbank und Geschäftsbank als Leihgeschäft stattfindet. Die Geschäftsbank kann sich ja Zentralbankgeld leihen. Das schöpft sie aus dem Nichts und kann das dann weiterverwenden für Kreditvergabe an die Kunden. Und das ist das normale System, in dem wir jetzt sind. Das ist ein Kreditgeldsystem oder Schuldgeldsystem. Und beim Helikoptergeld würde die Zentralbank gar nicht leihen, sondern sie würde es den Bürgern schenken. Es würde direkt als Geld geschenkt, wahrscheinlich über das Konto des Staates bei der Zentralbank an die Bürger weitergeleitet, weil der Staat genau weiß, über die Einwohnermeldeämter, wie viele Leute dann berechtigt sind, dieses Helikoptergeld, diese Gelddividende quasi zu bekommen. Das ist so ein Konzept eines berühmten Ökonomen, gell? Ja, das hat Milton Friedman sich überlegt. Das war, ich glaube, war 1969. Da hat er diese Idee entwickelt, dass man eigentlich nur zur Veranstaltung dessen, was passiert, wenn eine Zentralbank oder wenn die Geldmenge ausgeweitet wird. Dann ging es darum zu erklären, was passiert, wenn die Geldmenge ausweitet, wie entwickelt sich die Nachfrage, wie entwickeln sich dann die Preise. Und das ist natürlich ein tolles Bild. Da kreist ein Hubschrauber und dann können die Leute stehen, das Geld einfangen, dann gehen sie damit einkaufen, die Preise steigen. So war das eigentlich gedacht. Und dann hat das der Ben Bernanke nochmal Anfang der Nullerjahre hochgebracht. Damals herrschte so große Deflationsangst. Und da hat Ben Bernanke in einer sehr vielbeachteten Rede dann auch nochmal das Konzept des Helikoptergeldes ins Gespräch gebracht und hat gesagt, ja im Zweifelsfall können wir eine Deflation vermeiden. Notfalls kommt dann der Helikopter. Und dann hieß der Helikopter Ben danach. Und dann hat er dann später, als er Zentralbankpräsident war, auch nochmal richtig in die Vollen gelangt. Zwar kein Helikoptergeld runterrechnen lassen, aber über Kredit und Geldschöpfung ganz viel Geld dann quasi in die Wirtschaft reingepumpt. Gut. Also dieses fliegende Objekt, was es damit auf sich sagt, haben wir jetzt erklärt und dass das Missverständnis ausgeräumt, das Geld kommt nicht vom Staat. Und wenn es vom Staat kommt, heisst es nicht Helikoptergeld. Womit wir nochmal bei dem Thema sind, Start. Hast du denn das Gefühl, dass die Finanzmärkte demnächst wieder auf Staatspleiten à la Griechenland wetten? Das hätten sie mit Sicherheit getan. Das würden sie auch tun, wenn da nicht Frau Lagarde wäre. Wir sehen jetzt in der Krise, was passiert ist ja letztendlich, dass die Unternehmen wahrscheinlich in großem Maße Kredite bekommen. Die werden vom Staat verbirgt, sonst würden die Banken nicht vergeben. Und der Staat wird wahrscheinlich, wenn die Krise länger dauert, als Bürger einspringen müssen. Dann werden Unternehmen nicht leisten können, den Kredit zurückzuhören. Der Staat wird als Bürger in Anspruch genommen. Das wird die Staatsverschuldung aller Orten kräftig nach oben treiben. Die ganzen Transfers, jetzt Arbeitslosengeld, Lohnfortzahlung und Steuererleichterung kommen dazu. Wir kriegen eine hohe Staatsverschuldung. Und die Märkte haben jetzt schon in den vergangenen Tagen die Renditen für Italien nach oben getrieben. Die waren wieder bei drei Prozent. Im historischen Vergleich ist das wenig, muss man auch dazu sagen. Aber es ist natürlich im Vergleich zu dem, wo die Italiener sich gewöhnt haben in den letzten Jahren, schon viel. Und da waren natürlich schon Unruhe in den Märkten. Und ich glaube, wenn die EZB nicht da wäre, würden die Märkte, dass für Italien die Zinsen wahrscheinlich in den zweistelligen Bereich reintreiben, Griechenland ähnlich. Und es würde einen Käuferstreik geben. Und während der Euro-Krise waren wir schon mal höher, oder? Da waren wir höher. Italien hat ja damals auch in den 90er Jahren und in den 80er Jahren, da haben die Zinsen von 13, 14 Prozent gezahlt. Das Land ist auch nicht kollabiert, aber die mussten natürlich die hohen Zinsen zahlen. Und dann hat die Zentralbank das immer wieder aufgekauft, die Staatsanleihen. Und das ist so das italienische Modell. Und ich glaube, dass wir da jetzt in die Eurozone auch mit der gesamten Eurozone hineinkommen, weil diese Staatsverschuldung so stark steigt, ist der Druck auf die Zentralbank extrem groß, diese Staatsschulden zu kaufen, weil die Gefahr besteht, dass an den Märkten entweder ein Käuferstreik eintritt, dann wäre es ein Staatsbankrott, oder aber mindestens die Renditen steigen. Und man kann ja zeigen, dass wenn der Zins, der nominale Zins, den ein Land für seine Staatsschulden zahlen muss, größer ist als die Wachstumsrate dieses Landes, als die Wachstumsrate der Wirtschaft, dann geht die Staatsschuldenquote im Laufe der Zeit nach oben. Was die EZB jetzt versucht, die drückt den Zins unter die Wachstumsrate des Landes. Und wenn jetzt Italien eine Wachstumsrate hat von, ja, null wahrscheinlich, jetzt erstmal in der Krise, aber sagen wir, wenn wir kommen aus der Krise raus, wir haben eine Wachstumsrate von einem Prozent, dann brauchen die Zinsen von unter einem Prozent, damit überhaupt die Schuldenquote im Laufe der Zeit sinkt. Und das ist das, was auch Ökonomen schon über längere Zeit beobachtet haben, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das nennt man eine Politik der finanziellen Repression. Das hat es nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Das haben die Amerikaner sehr erfolgreich gemacht, die Zinsen runtergedrückt und haben die Inflation nach oben laufen lassen und haben dadurch es geschafft, die Staatsschuldenquote von etwa 120 Prozent nach dem Zweiten Weltkrieg auf etwa 50 bis 60 Prozent in den 50er, 60er Jahren runterzurücken. Relativ schnell. Und das ist ein Konzept, was letztendlich auch von der EZB anzuwenden versucht wird. Deswegen rechne ich damit, dass wir kein Staatsbankrott bekommen, weil die EZB genau das machen wird, die wird das alles aufkaufen. Aber jeder fragt sich natürlich jetzt, wie weit kann das noch gehen? Oder wir haben jetzt so viele Schritte erlebt von den Notenbanken in den letzten Jahren, die wir alle nicht für möglich gehalten hätten noch vor einem, zwei Jahrzehnten. Und die ersten apokalyptischen Fragen schon, ist denn das ganze Geldsystem in Gefahr? Das ist die Tausend-Dollar-Frage. Das ist die Tausend-Dollar-Frage. Weil was ich gerade gesagt habe, wir kommen ja in diese Situation rein, in der die Zentralbanken all around the world gezwungen sind, diese Staatsanleitung zu kaufen. Die BRJ-Bank von Japan macht es schon seit langem. Die Federal Reserve auch. Und jetzt ist diese Krise sozusagen nochmal ein Punkt, wo das Ganze nochmal transportiert wird in eine neue Ebene. Das wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch in größerem Stil der Staatsanleitung angekauft werden. Aber die Schleusen gehen ja noch weiter auf, oder? Genau. Man fragt sich ja, wo endet es? Also wie viel willst du noch ins System reinpumpen? Ja. Also ich meine, in Japan ist es so, die japanische Zentralbank, die hat ungefähr 50 Prozent aller Staatsanleitung in ihrem Besitz. Die ist Hausbank des Staates, um das mal so zu sagen. Und Japaner werden sowieso pleite, wenn nicht die ganzen Schulden im Inland liegen würden. Genau. Die haben das Glück, dass sie im Inland sind. Die haben also nicht die Gefahr, dass es einen großen Kapitalabschluss gibt und die Anleger sagen, also Käufer streikt euch, eure Sachen kaufen wir nicht mehr. Also die beste Verteidigung gegen den Staatsbankrott ist eigentlich ein nationalistisches Verschulden, oder? Also nur im Inland verschulden, dann im Biotop kannst du nicht pleite gehen, oder? Genau, das ist das eine. Und dann muss man eine Zentralbank haben, die, wenn das auch nicht funktioniert, dann springt die auch noch ein, wie in Japan. Und die ist dann formell unabhängig, aber faktisch macht die das, was der Finanzminister will. Und das ist auch noch ein anderer Punkt, den wir auch gesehen haben. Wir hatten ja sehr lange, ich weiß nicht, du hast ja deine Ausbildung auch wahrscheinlich in der Ökonomie in den 80er Jahren bekommen. Da war ja das Konzept unabhängiger Notenbank total en vogue. Das hat man gelehrt, das ist gut, das ist heilig. Stand of the art muss so bleiben. Und das war bei mir ja auch so. Und was wir jetzt gesehen haben, glaube ich, ist, dass dieses Modell, ein Denkmodell, sich geeignet hat für eine Phase, in der keine großen Krisen eingetreten sind. Aber so bald also die Krise kommt, und das ging ja schon los mit 87, dem Börsencrash, Asienkrise, New Economy Blase, Finanzkrise und jetzt hier die Corona-Krise, hat sich dieses Modell völlig aufgelöst. Die Zentralbanken sind zwar formell unabhängig, faktisch aber machen sie genau das, was die Staaten noch von ihnen erwarten würden. Ich unterstelle jetzt mal nicht verschwörungstheoretisch, dass die Staatschefs bei den Zentralbankchefs anrufen und sagen, mach mal was. Aber die Politisierung ist natürlich nicht zu übersehen. Auch die Berufung von Frau Lagarde, die hat natürlich der französische Präsident Macron natürlich mit Liebe begleitet, diese Berufung. Das ist völlig klar. Wir sehen jetzt die Bank of England, oder? Genau. Die eigentlich ja so das Symbol war, was richtet einen Notenbank Schlimmes an, wenn sie nicht unabhängig ist. Die hat man dann in die Unabhängigkeit entlassen in den 90er Jahren. Jetzt ist, glaube ich, dieses Kapitel dann auch bald vorbei. Unter anderem, weil die Staaten natürlich auch keine Lust haben, dass da irgendjemand die Refinanzierungskosten völlig autonom festlegt, oder? Richtig, genau. Also das war ja bei den Briten auch so, dass der 1997 die Unabhängigkeit entlassen wurde. Also ich vermute, die werden alle formell unabhängig bleiben, aber die Frage ist natürlich, was passiert faktisch dahinter? Faktisch, ja. Also die Ökonomen nennen das Fiscal Dominance, das heißt, die Fiskalpolitik dominiert die Geldpolitik, die Fiskalpolitik macht Schulden und die Zentralbanken sind, wenn sie insbesondere sowas wie den Euro nicht platzen lassen wollen, implizit gezwungen, das ganze Zeug aufzukaufen, weil sonst ist Feier mit dem Euro und dann, oder auch bei den Briten würde die Währung massiv unter Druck geraten. Ja, du siehst es ja auch an Donald Trump, der massiv Druck macht auf die Fed, der ja dauernd schiesst gegen den Fed-Chef, dass er zu wenig macht, etc. Der hat jetzt offenbar nachgegeben, natürlich im Zuge dieser Riesenkrise, aber da hat Trump sich auch noch ein bisschen nachgeholfen, könnte ich mir vorstellen. Wenn wir von Pleiten reden, möchte ich noch zum anderen Thema kommen, Staaten können Pleite gehen oder eben nicht, je nachdem, wie sich die Notenbanken verhalten, aber im Rahmen von dieser Krise werden wir ja auch, egal welche Hilfen die Staaten auflegen werden, welche Hilfsprogramme, wir werden ja auch Firmenpleiten sehen, wir werden ja notleidende Firmenkredite sehen, die dieses System destabilisieren. Was mich total erstaunt, ich habe ja damals beim Spiegel die Finanzkrise begleitet und habe unheimlich viel darüber geschrieben, wie konnte es soweit kommen, was waren die Gründe und der Auslöser war eigentlich diese Ramsch-Hypotheken oder wertlose Immobilienkredite, die man über sogenannte CDOs total kunstvoll verpackt hat und dann am Schluss irgendwelchen stupid German Bankers als AAA-Produkte angeboten hat, die haben das gekauft, haben den Emissionsprospekt von diesem Produkt nie durchgelesen, obwohl sie da gesehen hätten, dass keine einzige Hypothek oder keine einzige Immobilienkredite wirklich auf Bonität getestet wurde. Jetzt habe ich ein totales Déjà-vu, weil es auch die aktuelle Titelgeschichte der Vivo, jetzt kommt diese Kreditseuche zurück und zwar wurden jetzt nicht mehr Ramsch-Hypotheken verkauft, sondern Hochrisiko Firmenschulden hat man so verpackt, dass jetzt wieder Pensionskasten, Versicherungen etc. das als sichere Anlage gekauft haben und das ist eine Billionendimension und da frage ich mich manchmal, lernfähig ist der Mensch nicht, oder, am Finanzmarkt? Naja, nicht so richtig, also das ist eine Entwicklung, die jetzt ja wieder aufkommt und aber auch da glaube ich muss man eins natürlich bedenken, damals 2008 oder im Vorfeld von 2008 diese, dass überhaupt diese Subprime-Kredite vergeben wurden, war ja auch eine Folge des amerikanischen Gesellschaftsmodells. Die Amerikaner haben ja keine vernünftige Arbeitslosenversicherung und deswegen ist die FED zwar offiziell eigentlich dafür zuständig, die Preise stabil zu haben, aber sie hat auch noch ein zweites Ziel, Beschäftigungssicherung und dementsprechend hat man dann gesagt, okay, wir machen folgendes, wir vergeben den Leuten Kredite oder beziehungsweise ja auch Leuten, die eben halt eigentlich nicht kreditwürdig sind, vergeben wir Kredite, damit sie sich ein Haus kaufen können. Das heißt, man hat Sozialpolitik mit der Kreditmaschine Prinzip gemacht, wissend, dass diese Leute eigentlich nicht kreditwürdig sind. Das ging aber alles wunderbar gut im Niedrigzinsumfeld. Da wurden die Dinger so konstruiert, dass die bei den Subprime-Krediten ja erstmal einen Festzins hatten, der nach einer gewissen Zeit variabel wurde. Das Pech war, dass der genau dann variabel wurde, als Greenspan damals noch die Zinsen angehoben hat und dann kamen die Leute nicht mehr hinterher mit den Zinsen, dann konnten ihre Kredite nicht zurück sein, platzten die Dinger und dann kam die Finanzkrise. Jetzt bei diesen CLOs, bei diesen Papieren, ist die Grundlage wieder die gleiche gewesen. Die Leute sind da reingegangen, weil die unbedingt Rendite brauchten. Die haben als Versicherung natürlich ihren Versicherungsnehmern Renditeversprechen gemacht, haben das gegen der Nullzinspolitik nirgendwo mehr mit sicheren Anleihen verdienen können. Und Staatsanleihen 0%, kann ich keine 4%ige Lebensversicherungsrendite mitfinanzieren. Also mussten sie irgendwo in diese Risiken gehen. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel hat ja immer davor gewarnt, dass diese Niedrigzinspolitik die Leute wie eine Herde in diese risikoreichen Assets drängt. Und diese CLOs waren genau das, worauf die dann angesprungen sind. Wie so Tiere aufs Fleisch. Dann haben sie mit da rein und haben gesagt, das kaufen wir, da kriegen wir noch ein bisschen Zinsen. Und dann guckt man halt nicht mehr so genau hin, was dahinter steckt. Also der Mensch, total irrational, entweder hortet er Hochrisikopapiere und vergisst, was da schief gehen kann, oder er hortet Toilettenpapier, wie jetzt in der Krise, obwohl das eigentlich auch völlig sinnlos ist. Malte, wir kommen langsam zum Schluss von unserem Talk. Und ich glaube, wir müssen gucken, dass wir noch ein bisschen so einen positiven Spin in die ganze Zeit. Doch, doch. Ich glaube, ich habe ja angefangen damit, dass ich doch auch jetzt schon ein paar Crashes miterleben habe. und es ja immer mitten im Crash am dunkelsten ist und irgendwann ist der Crash vorbei. Ich habe das Gefühl, man kann schon jetzt absehen, dass so auch ein paar positive Entwicklungen angestossen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Digitalisierung in Deutschland, die ja massiv hinterherhinkt im internationalen Vergleich, dadurch ein bisschen einen Push kriegt. Also es wird jetzt allen bewusst, wo es alles hakt und dass man jetzt wirklich da richtig vorangehen muss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die Arbeitsweise, das Arbeitsklima etc. auch noch ein bisschen ändert. Die Leute werden vielleicht ein bisschen freier, ein bisschen mehr Homeoffice. Allerdings werden auch viele nach x Wochen im Homeoffice feststellen, dass es vielleicht doch nicht so lustig ist, das Homeoffice und ab und zu ganz nett mit den Arbeitskollegen in der Kaffeeküche zu plaudern. Malte, hast du noch irgendeinen positiven Punkt, wo du das Gefühl hast, ja, das könnte ein Effekt sein, der gar nicht so schlecht ist, ein Kriseneffekt? Also ich kann mir vorstellen, dass sich die Leute auch, wenn sie jetzt verstärkt zu Hause sind, auf so Dinge auch nochmal besinnen, wie groß unser Wohlstand eigentlich ist, weil wir haben in Deutschland doch ein relativ gutes Gesundheitssystem. Wir sind an der Kapazitätsgrenze oder wir kommen dahin, deswegen haben wir diese extremen Maßnahmen. Aber wenn man sich mal anschaut, was in anderen Ländern passiert, in Italien oder auch in China, dann muss man sagen, so ein Gesundheitssystem ist natürlich nicht gottgegeben. Es ist das Ergebnis eines Wohlstandsprozesses, eines Wohlstandsprozesses und dass all die Leute und das würde ich auch als Appell mal geben, die sonst sehr wachstumskritisch sind und die mal sagen, wir müssen nicht mehr wachsen und wir brauchen das nicht und wir müssen uns selbst bescheiden, sich der Tatsache bewusst werden sollen, dass ein solches Gesundheitssystem, was einigermaßen mit so einer Epidemie über die Runden kommt, nur das Ergebnis von Wachstum sein kann und von Marktwirtschaft und nicht von Kapitalismuskritik oder Sozialismus. Ja, ich würde sagen, das ist das perfekte, vivo-typische Schlusswort. Malte, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir schauen, wie die Krise weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.